So Jungs! Nein! 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 Tschüss Matze! Wenn dir schon gut ein bei dem Jungs. Schon wieder, Mann! Jedes Mal! Warte auf, Jungs! Matze, schiebst du uns rüber? Ich halte uns fest, damit wir nicht runterfallen. Du musst uns rüberschieben. Sein Lächeln ist so aufgemalt. Lass mal weggehen. Nein! Komm hoch! Juhu! Dann bist du stark! Und eins! Und zwei! So Matze, schiebst du uns jetzt rüber? Wo rüber? Du sollst die Wippe rüberschieben, dann nach links. Ja cool. Ach so. Vorher trauen wir uns nicht zu wippen. Cool, Matze kann das. Noch ein Stückchen? Okay. Noch ein Stückchen? Mach mal, mach mal. Wir sind drüben. Tschüss Matze! Okay, ich bin unten. Ich geh den leichten Weg. Geben wir jetzt die ganze Zeit Hand in Hand eigentlich? Hast du das jetzt vor? Das ist schon die Map. Ja, wir sind schon in der Map. Lobby? Ne, die Lobby war vorhin. Komm mal hier, hier ist wieder so ein Ding. Jetzt lässt du mich jetzt mal hier los. Ich halte dich auch schon nicht mehr fest. Jetzt hält mich der Eintriff erst. Komm her! Raus mit dir! Nein, ich will nicht! Leute, ich glaube wir brauchen so ein Fass. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Warte, diesmal nehme ich. Ich will auch. Diesmal nehme ich. Komm, gib Stoff. Geh doch mal da weg, ich komm doch gar nicht rein. Oh, dieses Gesicht von Matzei, das ist ja... Ist original, gell? Ja. Batsch! Du wolltest ein Fass haben. Da ist es. Noch eins. Nein. Es reicht schon, wenn wir drei so fassios aussehen. Fassios? Ich hab das Fass! Ich hab es! Ich hab es! Die Hand dabei! Oh! Oh, Matze! Oh! Ich spiel' wie ne Handpuppe! Ähm, okay! Wie ist das so, Matzei? Ähm, würdest du bitte... Danke! Mir gefühlt's! Schaut euch mal mein Rohr an! Ja, das ist ein Delay, da kannst du nicht zu viel machen, leider. Schaut euch mal mein Rohr an! Kann ich auch anfassen! Du musst das da rein, nein! Rolle? Keine Ahnung! Hm! Warte! 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 Ich muss was probieren! Ähm, können wir das Fass nochmal runterschmeißen? Vielleicht muss das hier durch die Wand rollen oder sowas? Do you know what I mean? Oh, oder können wir hier drüber springen? Dreh mal das Fass, kannst du das mal drehen, dass ich nach oben komme? Nee, ich glaub... Warte! Hallöchen, Info! Herzlich willkommen! Und middle to few! Vielen Dank für deinen Follow! Ja, ja! Follow auch nicht, wenn du nie üblich bist! Das Hochschieben geht nicht! Warte, ich hab den... Warte mal! Warte, ich hab den... Warte mal! Warum ich für's Team! Stream, tschüss, alle! Stream, tschüss, alle! Stream, tschüss! Tschüss! Hallo! Ich bin wieder hier! Achtung! Fass kommt! Fass, fass! Danke Mats, dass du stehen bleibst! Das ist halt typisch, Matze! Ich kann ja nicht ahnen, dass wir ne Mission haben, was... Ich schmeiß das nochmal runter, okay? Okay, durch die Wand rollen, macht keinen Sinn! Wir müssen auf das Fass... Können wir das Fass aufrecht stellen? Dass wir hier hochkommen? War doch kein Sinn, hast recht! Wir müssen hier drüber! Oder so, ja! So ist gut! Schieb mal da in die Ecke! Schieb mal hier in die Ecke rein! Nee, ich hab die... Denkst du nicht, ich kann das hier durchschmeißen? Wir müssen hier drüber! Ich hab grad von der anderen Seite geillert! Du kannst von hier drüben reingucken! Wir müssen über die Mauer! Und das macht's nicht hier am sinnvollsten! Du kannst auch da durchprobieren! Aber du hast bestimmt so viel Wumms dahinter, dass du das durchgeschossen kriegst, Matze! Warst du gut, Matze! Danke! Hierhin sagst du muss das! Warte! Wir müssen noch ein Stück! Ja, es muss halt so sein, dass das nicht wegrollen kann! Deswegen irgendwie in die Wand! Dass wir hochklettern können! Oh! 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 Wurde es so verschaukelt. Damit Matze es halt einmal kriegt. Ich hab's. Ich hab auch Matze. Ich steh auf dem Ding. Ich bin mit dem Fass rüber gesprungen einfach. Ja tschüss. So das war das Team für heute. Matze macht das schon ne. Matze macht das. Tschüss Matze. Rolle 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 Rolle. So fett bin ich nicht das hier rumrolle. Oh was machst denn du? Bitte 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 bitte. Lass doch los. Wir hätten das Ding noch fest. Lass doch einfach los Matze. So bist du stark. Dann geht dir auch noch viel Spaß Luigi. Und ja ich sag Matze Bescheid, dass er auf mich hören soll. Matze hör auf mich. Sag Luigi. Luigi. Luigi sagt du sollst auf mich hören. Nein. Ich hab's ihm aber gesagt. Ich freu hier gerade. Wenn der Rolle wenigstens noch mithelfen würde weißt du. Ich dachte wir nehmen den einfachen Weg und du lässt einfach das Fass los. Nein. Wir sind das Street Team. Los Jungs wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Und jetzt? Weit auf. Ja du kriegst doch nicht über die Kante. Heb die Bergarme hoch Junge. Dennis. Ich bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. So. 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 Nochmal. Erster. Läuft natürlich immer wieder nicht. Klar. Jetzt kommt. Meine Haare sind voll flach. Nein. Hör nicht auf ihn. Hier Rolle. Mein Chat sagt nein. Soll ich nicht. Hä? Wo? Was machst du denn? Hilfe. Was ist denn los? Der hängt. Zieht zurück. Ich wollte ja das Fass rüberhauen. Weil wir werden euch zurückgezogen. Was ist denn los? In der Luft. Jetzt hängst du in der Luft? Fühlst du dich verschaukelt? Nö. Die Gag war es zum zweiten Mal. Merkst du es? Dennis geht mit deinem Fuß. Jetzt hätt ich was machen können. Ach Mensch. Runtergefallen. Aua. 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 Der Dennis. Ist wieder der Leidtragende. Wie immer. Gib her. Vorsicht Rolle. Compile dich. Ey was soll das denn heißen? Das bin ich hier. Was mach ich denn hier? Ey guck mal. Ich muss nicht mehr was machen. Das kriegt doch... Ähm hier. Komm schieben. Du musst doch nur das Fass nehmen. Ich sag schieben. Ich sag schieben. Ich sag schieben. Ich sag schieben und ziehst. Ich häng hier ab ne. Matzer fang. Nein Matzer. Wir könnten es ja auch einfach... Einfach machen. Wir ziehen das jetzt so durch. Wir müssen eigene Missionen spielen. Zwingt jetzt mit Schmackes Jungs und dann hab ich's. Ja. 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 Aber wie er's macht. Nicht aufs Fass. Doch nicht aufs Fass. Ich hänge noch hier. Ja. Wieso hast du losgelassen alter? Kann ich dir auch nicht sagen warum ich losgelassen hab. Junge das ist ein Team Game. Ja. So let's go nochmal. Aber wir müssen aber auch durch unsere Zuschauer unterhalten. Guten Tag. Ist auch als ob du das halten könntest eh. Aber jedes Mal so gerade. Was ist denn Dennis los? Wie der das macht. Ziehh. Na kommt ja. Nummer zwei. Das läuft ja. Entschuldigung. Ja. Dennis was wirst du von meinen nervenden Busen. Ja. Of course Kim. Da hast du vollkommen recht. Was macht denn jeder? Gymnastik. Speiderschwein. Du Depp. Der hat Gott vorher noch festgehalten. Ich brauch jemanden der meinen Arsch hält. Hashtag Sätze die Kim Kardashian sagt. Hi. Cool. Kommst du hoch bitte? Nicht daran. Warum? Was hab ich dir getan? Nichts. Aua. Hast dir gefallen? Guck mal wie schlecht. Hey Dennis. So jetzt machen wir es mal richtig. Ja. Jetzt aber ordentlich. Komm. Zieh mir nicht die Hose runter. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Warte. Ich muss aus dem Wasser fallen. Ja. Wow. Der ist doch noch nicht da. Au. Ich schieb's mal in die Richtung weg. Liebevoll. So. Warte. Ich bin da. Let's go. Let's do this. Gleich nochmal. Wie stabil der Kopf ist. Wie stabil der Kopf ist. Wie stabil der Kopf ist. Brolle lass es halt doch. Ich baue mir hier bloß. Lass los. Lass los. So. Jetzt funktioniert es. Teil 1 ist durch. So wie, ne? Müssen wir durchschieben, oder? Dass das runter klappt. Bestimmt. Aber nicht runter. Nein, 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 nein. Ist ja. Und nach hinten. Und nach hinten. Ja, was? Wo willst du denn so? Es muss doch nur so sein, dass die da aufliegt, ne? Genau. Das müsste auch schon reichen. Oder nicht. Aua. Wir müssen es so machen, dass das fast fest ist. Da müsste ja eh noch rankommen können. Leute. Könnt ihr mir mal kurz helfen? Hast du einen verlucht? Ne. Ach, da unten. Was willst du denn da unten? Ist es raus? Ja. Wir müssen das fast wieder auf die Spur bringen. Okay, warte. Ich rolle halt meinen Hintern. So. Nach oben. Ja, bin ja dabei. Oh. Ein schöner Hintern. Ich halte deinen Hintern. Du hast gesagt, ich halte deinen Hintern halten. Weil dieser creepy Clown, der so, nee. Das Kuscheln los. Oh. 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 Ich hab grad meinen Penis angefangen. Oh. 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 Ich bin schon wieder hier. Was mach ich hier? Breakdance. So. Und nun? Gut gemacht. Ein Horrorclown der etwas anderen Art, ja das stimmt. Er nennt mich auch König, Joker war schon vergeben. Noch ein Stückchen nach hinten? Ne, wir müssen erstmal nach rechts. Dann will ich das gerade ziehen, damit wir es rausziehen können. Okay, gehst du da immer so akkurat ran, dass du gerade drinnen damit rausziehen kannst? Ich frag für nen Freund. Ist mir persönlich lieber, ja. Wir müssen uns erstmal entscheiden, wie wir das drehen, oder? Ich wollte es jetzt einfach nach vorne schieben, weil es müsste jetzt passen. Au. Ja. Weil er ja auch nochmal dran rumzubbeln muss. Dennis holt das Rohr bestimmt mittlerweile andersweitig. Wir müssen das Ding eigentlich bloß so drunter klappen, damit da ne gerade Fläche entsteht und dann müsstest du drüber krabbeln können. Ja. Ja bitte. Ja bitte. Helfen sie doch mal. Polizei, dein Freund und helfe halt nen Arsch. Datscht mich an. Na hier, sag ich doch, voll an Arsch gegrabt. Da trag ich einmal Lippenstift. Lass lösen. Deine Hose hält aber... Deine Hose hält aber... Der hebt ja mich einfach am Käppi hoch. Boah. Ja schieb weiter. Junge, bleib hier! Ähm. Ich glaub der mag's nicht. Ja. Was? Sieh zu! Komm... Komm hoch, Junge! Oh nö. Junge Mann, kommen sie ran? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Hilf mir! Matze, lass mich nicht alleine. Okay. Höhem. Moment. Die kommen wieder hoch. Zieh hoch! Da ist er. Lass mich? Jo! Ja, das geht doch schon. Nicht runterschmeißen. Äh, Dennis? Ja. Cheater. Cheater, Cheater, Cheater. Du hast das Rad nicht geholt, das zehrt nicht. Wir müssen noch das Rad holen. So, die zehn Minuten sind rum. Tobi, du weißt Bescheid. Auftrag erfüllt. Scheiße. Doch, war richtig. Alles richtig gemacht, Matze. Mir nicht mein Rohr aufm Kopf hauen, gell? Lässt du mal mein Rohr los, bitte? Nee. Ich mag's, wenn's so rostig ist. Lass doch mal los! Tschüss. Ja komm, schieb rein, Alter! Es ist verkehrt rum. Nein, das ist... Das ist richtig. Tobi, vielen lieben Dank für deine 50 Bits. Vielen lieben Dank. Fahren sie mich hoch. Dahin will ich, dahin. Oh, rechter Arm. Dahin. Ist so hoch. Wir haben dich zurückgelassen. Hörter Leide. Guck mal, kannst du mir meinen Po angucken. Möchte ich nicht, ich bring mich um. Ahhhh. Komm mal. High five. So, was machen wir nicht, was schönes? Hey, Dennis. Hi. Jo. Ich bin drüben. Liebe Grüße an Matzi, der nicht an mich gedacht hat. Was? Tobi, du hast halt nicht an Tobi gedacht. Habe ich voll an Tobi gedacht. Ja, im Bett schlaf, wenn du schläfst. Ja, das weiß ich, aber... So, was brauchen wir hier drüben? Das wäre mega komisch, wenn ich das tun würde. Ja, toll. Ey. Ach so, wir müssen über die andere Wippe. Ey, wir müssen nicht über die Wippe, die Wippe hat nichts. Doch, die Wippe und dann da oben das Holz rausziehen. Dann kommen wir da durch. Ja, damit müssen wir aber das Feuer anmachen, um den Ofen hier anzuzünden. Aber jetzt hat gerade jemand einen Checkpoint geholt. Irgendjemand einen Checkpoint geholt. So, Dennis, der ist schon vorgegangen, der die Maps schon durchgespielt. Der ist doch hier oben. Matzi wollte eigentlich das Dreamteam wirklich zum Dreamteam machen. Ist das so? Aber es ist doch schon Dreamteam. Mit Herzchen und Luftballons und Zuckerwatte rosa Farben noch. Inwiefern denn? Wollt er dich wieder zunehmen, oder was? Ach, wegen dem Tee. Entschuldigung. Bist du, woran ich... Ah, ha, ha! Ganz schön heiß, ja. Ich brauch mal die Wippe hier unten, Matze. Warte. Komm mal. Kommen sie ran? Ja, danke, Matze. Gerne, warte. Ruhig dir. Wieder. 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 Okay. Wollte er machen, okay? Schön, dass du davon weißt, weil wir wissen davon nichts. Also ich zumindest nicht. Weiß nicht, wie... Ich auch nicht. Nein, nein, nein. Highrollen. Also, Matze, möchtest du dich erklären? Dennis, nimm die Wippe. Nimm die Wippe, bitte. Dennis, bitte nimm die Wippe. Geh den Weg. Lass doch mal los, Mensch. Wie Matze ausweicht, unseren Fragen. Los, Jungs, drauf. Ich habe Feuer gemacht. Welcher Depp. Matze, man hätt's einfach loslassen können, ey. Ja, aber ich hätte auch einfach mal Ausbildung machen können, ohne irgendeinen Kommentar dazu abzugeben. Hab ich aber nicht. Ich fahre ins Große nichts. Na, voll auf meinen Arsch gelandet. Ja. Geiler Maß, fucko. Entschuldigung. Also, Matze, möchtest du uns noch was sagen? Das war mal ein Gespräch, dass man mal mitszocken kann, aber doch nicht humanfallflat. Das ist nun wirklich ein reines Streamteam-Ding. Das klang aber ja so wie komplette Aufnahmen im Streamteam. Nee. Also, das nee. Hi. Brauchst du Feuerhase? Ding drauf. Weiter schaukeln, weiter schaukeln. Weiter schaukeln, weiter schaukeln. Weiter schaukeln, weiter schaukeln. Wenn du das ganze Ding fangst oder sowas? Was soll ich fangen? Die Lippe? Irgendwie so, dass Matze dann drauf springen kann oder sowas. Bei der hat ja das brennende Holz gerade. Ja, voll in der Hand. Toll. Jetzt baumeln wir beide? Nein, ich baum. Hi Dennis, brauchst du Feuer? Nee, gerade nicht, danke. Hat es jetzt gedreht? Ja. Gut. So, ich gehe auf die Mitte drauf und probiere das Ding auszutarieren. Ich bleib mit dich stehen. Du gehst an mir vorbei. Nee, du kannst auch vorne laufen, ich bin da. Bleibst du hinten, dann würde ich vorrennen. Dennis, wie hast du das schon wieder gemacht? Rolle, komm doch auf meine Seite. Ich habe was ausprobiert. Rolle, komm doch zu mir. Nicht, 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 nicht. Das Ding muss doch rüber rum. Steigst du da nicht drauf, Mensch, Junge. Junge, weil ich gesagt habe, wir wechseln die Seiten. Die Frage ist jetzt, wo bin ich hier? Aua. Das frage ich mich jetzt. Was machst denn du da oben? Hey, oh, hier. Ich bin hier durch das Stand-Defenster gekommen, hier oben. Du hast gecheatet. Nein. Du hast gecheatet. So, ich habe ein Rohr. Ich weiß halt gerade nicht, ob da, wo du bist, das weitergeht, oder ob ich jetzt noch was übersprungen habe, da Mittelein. Ich will sie nicht. Ich glaube mal, wenn da, da müsste ja eine Tür aufgehen, dann müsste so ein Mats bestimmte hier durchkommen. Nein, hier gibt es rollende Fässer, wird er. Ihr habt eine ganze Mission übersprungen, Jungs. Also, ich nicht. Also, ich wurde zwangsläufig, weil ich runtergefallen bin. Hoppala. Hoppala. Ja, da kommt sie mir zurück. Wir kommen doch nicht zu dir. Wie wollen wir denn zu dir zurückkommen? Geht nicht. Ist unmöglich. Und das Ding ist, ich glaube, da, wo ich bin, kann ich jetzt auch nicht mehr zur Rolle zurück. Ich glaube, du jetzt auch noch runterspringen musst, oder? Ja, aber ich bin ja aber auf die andere Seite von dem Tor gesprungen, weil ich weiß nicht, was da ist. Warum kann man hier Missionen überspringen? Was ist denn das für ein Scheit?